Herzlich Willkommen auf Revitec. In diesem Video geht es um die Philips Event SCD 733. Das Audio Babyphone SCD 733 von Philips Event bietet eine private und störungsfreie Verbindung dank sicherer Decktechnologie sowie einen kristallklaren Klang. Mit dem Smart Echo Modus wird die Transmission reduziert und Energie gespart. Dank einer Betriebszeit von bis zu 18 Stunden sind Sie Ihrem Baby immer ganz nah. Die Reichweite beträgt in Innenräumen bis zu 50 Meter und im Außenbereich bis zu 330 Metern Reichweite kann aufgrund externer Faktoren variieren. Die Sternenhimmelprojektion wiegt Ihr Baby ganz sanft in den Schlaf. Mit dem Nachtruhe Modus können Sie das Display dimmen und den Ton abschwächeln. Mit Gegensprechfunktion, Nachtlicht, Schlaflidern, Temperatursensor und Geräuschbegelanzeige. Um die Umwelt zu schützen, verzichtet Philips auf eine gedruckte Bedienungsanleitung in Papierform in der Verpackung. Vorteile im Überblick. Ihrem Baby ganz nah sein mit einer störungsfreien Verbindung durch sichere Decktechnologie. Reduzierung des Stromverbrauchs und der Transmission bei Ruhe. Automatische Verbindung bei Geräuschen. Dank einer Betriebszeit von bis zu 18 Stunden wissen Sie jederzeit, was Ihr Baby macht. Falls Dir das Video würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.